Heute zeigen wir euch fünf Seithassel-Ideen für 2024, die sich besonders für Studenten eignen, aber auch alle anderen Personen ausüben können. Ich weiß, ihr wollt einfach die fünf Seithassel-Ideen sehen und direkt loslegen, aber ich will euch vorher heute etwas kurz zeigen. Das Prinzip, Geld zu machen, ist nämlich folgendes. Geld machen kann man nämlich nur, wenn man Leuten etwas von Wert anbietet, welche dafür auch zahlen können und zahlen wollen. Ihr könnt nun einfach vorspulen und nach den Seithassels schauen. Ja, das ist was für mich oder nee, das ist nichts für mich, aber bleibt mal einfach dran. Um nebenbei Geld zu verdienen, braucht ihr nämlich Skills. Also investiert als erstes in euch selbst und eure Fähigkeiten. Dann könnt ihr umso einfacher den Leuten etwas von Wert anbieten. Warum sprechen wir heute über Seithassels? Seithassels sollen einfache Tätigkeiten sein, mit denen ihr nebenbei etwas Geld verdienen könnt. Ich spreche mit euch darüber, weil es eine Möglichkeit darstellt, euer Leben zum Positiven zu verändern. Ich selbst habe auch während meiner Studienzeit von dem einen oder anderen Seithassel sehr profitiert. Letztendlich macht nicht das Geld glücklich, sondern die extra Zeit, die man dadurch erhalten kann. Ihr müsst nicht mehr von 9 bis 17 Uhr im Büro sitzen und arbeiten. Vielleicht könnt ihr euch einen Job suchen, der weniger Stunden braucht oder eure aktuellen Stunden reduzieren für mehr Freizeit. Am besten ist es, wenn ihr euch neben eurem Hauptjob noch mehrere kleine Standbeine aufbaut. Sollte euch euer Hauptjob mal unerwartet wegbrechen, dann steht ihr nicht völlig hilfslos da, sondern könnt das eine gewisse Zeit auch gut kompensieren. So ein Nebenverdienst hilft euch schon in euren jungen Jahren weiter. Manche starten mit Zeitung austragen mit 14, andere helfen im Supermarkt aus. Seid ihr Studenten, geht ihr wahrscheinlich nebenbei Kellnern oder vielleicht gebt ihr euren Kommilitonen Nachhilfe in Themen, die ihr besonders gut beherrscht. Kommen wir nun dazu, wie wir mit unseren Seithassels Geld machen können. Wie bereits erwähnt, können wir Geld machen, wenn wir den Leuten etwas von Wert anbieten. Wir unterscheiden hierbei drei Möglichkeiten, welche Wert für den Menschen darstellt. Erstens der Service, den wir bieten. Zweitens ein Produkt, das wir anbieten. Oder drittens Content, den wir produzieren. In diesem Video beziehen wir uns mit den Seithassel Ideen erstmal nur auf den Service und den Content. Wenn wir nun unser Seithassel starten wollen, wollen wir außerdem drei Punkte erfüllen. Erstens wollen wir flexibel sein. Das heißt, unser Seithassel soll nicht zeit- oder ortsgebunden sein. Wenn wir nun zum Beispiel Kellnern, Supermarktaushilfe oder Zeitung austragen nehmen, überall müssen wir zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein und eine Tätigkeit verrichten. Also nicht wirklich flexibel. Außerdem, zweitens wollen wir Spaß haben. Wir wollen einen Seithassel ausführen, der uns Spaß macht, zu dem wir uns nicht zwingen müssen, sondern unser Hobby ist. Und drittens, wir wollen natürlich Geld verdienen. Natürlich wollen wir auch etwas Geld verdienen mit der Zeit, die wir für unsere Seithassel investieren. Manche machen das einfach nur zum Spaß, als Hobby. Aber wie schön ist das, wenn man mit seinem Hobby dann auch noch etwas Geld verdienen kann. Das Schöne daran ist, wir können alle drei Punkte erfüllen mit etwas, was unsere Eltern nicht zur Verfügung hatten. Und zwar das Internet. Wir können uns in unserer Generation echt glücklich schätzen, eine solche Chance zu haben. Nun starten wir endlich mit den sechs Seithassel Ideen. Nummer eins ist der Texter. Der Texter ist im Bereich Wert für Content angesiedelt. Jeder, der heute irgendwelchen Content im Internet bereitstellen möchte, hat die Möglichkeit, es selbst zu schreiben oder andere zu engagieren, den Content für einen selbst zu schreiben. Jeder kann ein Texter sein. Jeder kann seinen eigenen Blog starten, seinen eigenen Newsletter, über seine Interessen schreiben und die Leute an seinen Hobbys und Erfahrungen teilhaben lassen. Nehmen wir zum Beispiel einen Blog übers Reisen. Nach den Reisebeschränkungen der letzten Jahre wollen auch gerade viele junge Leute viel reisen, mit einem Camper oder sogar nur mit einem Zelt. Wie könnt ihr jetzt als Texter Geld verdienen? Ihr müsst folgende Sachen beachten. Erstens, schreibt regelmäßig über eure Interessen. Zweitens, baut euch ein Publikum auf, das sich für euch interessiert. Und drittens, beginnt euren Content auf Plattformen anzubieten, die euch Geld dafür bezahlen, in Form von Werbung oder Klicks und so weiter. Habt ihr ein Publikum aufgebaut, könnt ihr auf eurer Seite auch Premium-Content anbieten, bei dem ihr Geld für Kurse oder Trainings anbieten könnt und so weiter. Ihr braucht nicht viel, um zu starten, nur einen Computer und Internet. Ihr könnt euch auf einer von vielen Seiten eine kostenlose Website erstellen und loslegen mit dem Schreiben. Hier seht ihr ein paar Beispiele, welche euch kostenlose Blogseiten zur Verfügung stellen. Seitehasse Nummer 2 ist der Content Curator im Bereich Wert für Content. Curator heißt kuratieren, das heißt verwalten, organisieren oder begleiten. Ihr könnt euch das ein wenig wie einen Museumsverantwortlichen vorstellen, der entscheidet, was genau in seiner Ausstellung zu sehen ist und was nicht. Als Content Curator bewertet ihr den Content, den andere Leute erstellen und stellt eine Auswahl an geeigneten Content zusammen. Ihr spart euch die Zeit, selbst Content zu erstellen, wenn euch zum Beispiel ein Team oder die eigene Zeit oder die nötigen Ressourcen fehlen. Ihr müsst euch kein Content selber ausdenken, sprich ein Content Creator sein, sondern ihr seid Content Curator. Was eurem Content dann den Wert verleiht, ist, dass ihr zusätzlich zu den hochwertigen Content anderer mehr Informationen und fachliche Details ergänzt. Beispiele können Newsletter sein, Blogs, Accounts auf Seiten wie Pinterest. Schauen wir doch einmal ein Beispiel von Content Curation auf Pinterest an. Hier gibt es zum Beispiel die Dame Marianne Rizzo. Sie hat zum Beispiel über 9 Millionen Follower und zeigt auf ihrer Seite Design und Bilder von Inneneinrichtungen von anderen Menschen, welche sie besonders schön findet und möchte damit andere inspirieren. Schaut wir mal auf das Thema Content in finanzieller Sicht. Ihr müsst erstmal eine Weile an Arbeit und Zeit in eurer Seithassel stecken, bevor das Früchte trägt. So braucht man einige Zeit, bis man sich eine Community aufgebaut hat, bis man sein Publikum aufgebaut hat und bis man genug Wert liefert, dass man sich monetarisieren kann auf Plattformen und damit Geld verdienen kann. Es ist aber auch nicht garantiert, dass das Ganze Früchte trägt und ihr Geld damit verdient. Ihr müsst, wie gesagt, immer fokussiert bleiben und motiviert bleiben, bis ihr erste Erfolge seht. Aber dann wird es sich auf jeden Fall lohnen. Kommen wir nun zu Seithassel Nummer 3. Wenn ihr auf der Suche seid, nach einer Möglichkeit schneller Geld zu verdienen, dann ist das hier etwas für euch. Ihr könnt im Prinzip sofort Geld verdienen. Das sind die serviceorientierten Seithassels. Ihr müsst in diesem Teil des Wertes, den ihr Kunden anbietet, keine Zeit investieren, ohne dafür etwas zu bekommen, bis euer Publikum aufgebaut ist. Ihr tauscht eure Arbeit gegen Geld. Das kann zum Beispiel ein Thumbnail-Designer sein. Thumbnail-Designer sind vor allem bei YouTubern heiß begehrt. Je besser der Thumbnail eines Videos ist, umso mehr Leute klicken auf das Video und je mehr Geld verdienen die Content-Creator auf YouTube. Dementsprechend sind Leute bereit für eure Arbeit, für euren Service, der ihnen Wert bietet, Geld zu bezahlen. Thumbnail-Designer sind flexibel, zeit- und ortsungebunden und können dafür Geld verlangen. Also wieder alle Punkte, die für unser Seithassel wichtig sind. Thumbnail-Designer sind auf jeden Fall Skills, die man selber lernen kann. Man muss nur ein wenig kreativ sein und sich vorstellen können, was die Leute interessiert und dazu bringt, auf ein Video zu klicken. Wenn ihr auf Google Thumbnail-Design eingebt, kommen viele verschiedene Anleitungen, Videos, Kurse und das Beste, es gibt kostenlose Websites zum Thumbnail erstellen. Ich zum Beispiel nutze komplett kostenlos die Seite Canva. Hier gibt es super viele Vorlagen und Möglichkeiten, euch kreativ auszuleben. Zum Erstellen eurer Thumbnails geht ihr einfach auf die Suchleiste und gebt Thumbnail ein und nehmt dann direkt Thumbnail-Design YouTube. So könnt ihr direkt loslegen und es ist kinderleicht. Fühlt ihr euch bereit, euer Können ins Service anzubieten, dann könnt ihr ganz einfach über Plattformen wie Upwork oder Fiverr das tun. Das sind aber nur zwei führende Seiten für Freelancer. Es gibt hier noch viel, viel mehr. Seithassel Nummer vier ist der Researcher oder Research Assistant. Jeder, der seine Recherchen nicht selbst tun möchte, weil er Besseres zu tun hat, kann sich einen Research Assistant besorgen. Auf gut Deutsch ist das einfach ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich der Forschung und Entwicklung oder im Studium, welcher Daten für Professoren oder Dozenten beschafft. Oder in der Industrie oder anderen Marktfeldern einfach ein Recherche Assistent. Das ist eine Person, die für euch alle Informationen beschafft und zusammenträgt, die für euch notwendig sind für eine Entscheidungsfindung. Mittlerweile kann man sich die Informationen so einfach von überall besorgen. Im Internet, digitale Bücher, E-Books, Videos und so weiter. Wenn ihr also sehr akribisch arbeiten könnt, tief in verschiedene Themen einsteigen wollt und Sachen gern auf den Grund gehen, dann ist das vielleicht etwas für euch. Auf Indy zum Beispiel sind einige Stellen als Online-Recherche Assistent ausgeschrieben. Dieser Job erfüllt auch wieder alle unsere Anforderungen an Seithassels von flexibel sein, Zeit- und Ortsungebundensein und wir können damit Geld verdienen. Die fünfte Seithassel-Idee heute ist Online-Vertriebsmitarbeiter. Wie der Name schon sagt, macht er nichts anderes als normale Außendienstmitarbeiter, welche Kunden vor Ort besuchen und Sachen verkaufen, nur online. Jedes Unternehmen braucht schließlich jemanden, der seine Produkte verkauft. Ihr könnt die Produkte online verkaufen. Das bietet sich natürlich vor allem für digitale Produkte, Software und Internet-Dienstleistungen an. Schauen wir einmal auf den Online-Marktplatz, was es hier für Angebote gibt als Vertriebsmitarbeiter. Zum Beispiel von Online-Stellenanzeigen bei StepStone direkt. Generell gibt StepStone für den Bereich Online-Vertrieb eine Gehaltsspanne von 38.800 bis 55.700 Euro an. Er macht einen Durchschnitt von 45.600 Euro Durchschnittsgehalt pro Jahr. Wenn ihr es mögt, mit Kunden zu sprechen und eine gute Kommunikation habt, könnt ihr das gerne tun. Auch hier sind wieder alle unsere Anforderungen an eine Zeithassel erfüllt, bei dem wir nicht zeit- oder ortsgebunden sein wollen und dabei auch noch Geld verdienen wollen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.